die kriege stehen jetzt klein gut wahrscheinlich dran gehen und dann draufhauen oder wenn er seine schutzschild weg hat dann muss ich da dran gehen zu sagen wie soll ich denn erschaffen wie soll ich denn schaffende typen ich habe schon verstanden was er will dann komm ich ja ja das ist es geheime seite wall ist klar okay geheime aufgabe verstanden dann kommen wir hier nicht also müssen wir tatsächlich haben wir sowieso nicht Das war Treffer Nummer 2, es sind sogar drei Dinger. 4, weil der mir auf den Sinkel gegangen ist mit meinem Schatzroboter. Was?! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Aber ich weiß, wie es funktioniert. Das ist vielleicht besser, dass wir jetzt sogar eine eigene Folge machen draus. Was?! Was?! Okay, Killer Garnela hat's wohl auch, sonst abgesehen, mein Freund. Ich meine, du gewährst natürlich, als müssen wir noch Zeit spielen. Pumss! Da ist der erste Treffer! Ich lass nur ein, zwei, zwei, zwei. Du hast jetzt... Das Problem ist natürlich ein bisschen Problem, ne? Das sind wir gar nicht so gerade mal gar nicht so schlecht! Hauer! Ich bin bereit wie eine Frühlingsplayer! Nein! Geh mir nicht auf den Senkel! Nein! 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 Ich hab den da unten gehabt schon! Scheiße, ich hätte jetzt meinen Treffer setzen müssen jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich fühle mich wie ein neuer Schwach! Alle neune! Treffer! So, jetzt brauchen wir noch... So, jetzt brauchen wir noch... Oh, Alter! Oh, Alter! Was? Como! Gewonnen! Jawoll! Nein nein! Nicht schon wieder... Es ist unfair! Davon hat sich ein Eishausenreiter... Aber jetzt denke ich auch mal irgendwas. Das habe ich in meiner Sockenschublade gefunden, gleich neben einem paar rosa Socken. Es ist noch ein goldener Pfannenwender. Danke mehr, Jungfrau Mann. Ich werde mein Leben immer nach deinem glänzenden Vorbild führen. Gütig und freundlich. Bist du immer noch hier? Bitte was? So, fangen wir nach. Wir haben Garnelenro gekillt. So. Oh, Alter, Alter. Hat uns aber auf. Hat uns aber gerade ganz schön auseinander gebastelt. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist erstmal wichtig. So. Kann ich jetzt wieder hoch oder geht das jetzt weiter noch? Sicherheitszunnel? Ne, den haben wir ja gemacht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen ja wieder zurück, ne? Ähm. Warte mal, wir sind ja von da unten irgendwo gekommen. Also, wir müssen jetzt wieder komplett nach außen, nach unten zurück, oder was? Weil eigentlich müsste der ja zu uns den Checkpoint mit dem Checkpoint vergeben. Genau. Hier sind wir ja... So, jetzt gucken wir mal gerade jetzt hier. Ist der Taddeus? So, Lobby, ja. Das war schon richtig zu. Ja, zum Altersheim. Genau, das war der Gedanke dahinter. Da wollte ich hin. Ah, Schachmatt, der König des kontaktlosen Sports. Cool. Und damit, liebe Leute, haben wir noch einen der will final offen, wenn es richtig gesehen habe. Und das müsste jetzt eigentlich das Thema mit dem Fliegen oder in der Seite, oder? Dann hat man so, glaube ich, auch dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Display, da gibt es was. Geh mal, was neu ist auf die Ohren, oder? Warte mal, haupt. Das hat der Kammer gemacht. Cooler, guter, mal gemacht. Seitdem war. Die Schlägerei haben wir gemacht. Ich habe mal gemacht, wie die Bote, mal gemacht. Höhler, wie gemacht. Labor, das hat verleihen, was haben wir nicht gemacht. Ich sehe doch das Labor vom Abzahlen, oder nicht? Damit kann man, aber da kann man, glaube ich, dass du der nächsten. Falt war doch nicht. Warte mal, haben wir noch das Labor? Jetzt können wir hier rein, dass. Ja, dann müssen wir das als nächstes machen. Gut, das machen wir als nächstes.